Was haben denn die anderen gesagt? So, noch mal die Frage, ich habe schon wieder vergessen. Mein Name ist René Roggenor, bin 36 Jahre alt, komme aus dem schönen kleinen Kerpen und bin verheiratet und habe einen zehnjährigen Sohn. Bei der Träger MSI bin ich Vertriebsingenieur für das Gebiet bzw. für die Vertriebsregion West. Dadurch, dass ich noch ganz frisch bin, muss ich jetzt erstmal meine Rolle reinwachsen, habe das Gebiet von Sven Amberg übernommen, werde mich da zukünftig mit den Fachhändlern bzw. Großhändler auseinandersetzen, werde die kennenlernen, die Endkunden und versuche da bestmöglich in meine Aufgabe reinzuwachsen und freue mich darauf, diese Aufgabe zu meistern. Was gefällt mir besonders an meinem Job? An meinem Job gefällt mir besonders die unterschiedlichen Menschen und Charaktere, mit denen ich arbeiten kann. Immer wieder andere Leute zu haben, sagen wir einfach mal vom Doktor bis zum kleinen bzw. mittelständischen Handwerker und da einfach die unterschiedlichen Menschen mit denen arbeiten und hoffentlich zufriedenstellend beraten, sodass sie ihre Arbeit mit unseren Geräten perfekt durchführen können. Mein Lebensmotto habe Spaß am Leben, denn nur mit Spaß macht alles mehr Spaß. Ich freue mich euch kennenzulernen und hoffe auf eine sehr gute Zusammenarbeit und freue mich euch zu sehen. Bis zum nächsten Mal! JAREK�